Töten 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 so was ist hier uninteressant ist ja uninteressant was ist hier oben hm ich würde mal sagen das sieht mir sehr nach einem Dingsel aus wo man das Schlüsselteil rausstellen muss jawoll und wir haben das schon wieder 27 von dies Blumen so ich weiß wir können zurück zum Schiff ich weiß ich weiß aber ich will hier noch kurz die Insel erkunden denn vielleicht ja vielleicht ist auch hier etwas das uns weiterhelfen könnte zum Beispiel ein Schiff das uns den Weg versperrt gut hat sich die Expedition auch wieder erledigt und wir gehen zurück zu unserem Bötchen so ich freue mich schon echt auf die blauen denn schwimmen das ist das ist glaube ich Gift haben wir noch hatten wir noch hatten wir schon Gift ähm ok zu früh gefreut ich dachte doch dieses Teil war nicht hier ich hab's gewusst ich hab's gewusst das betätigt ein Lift Entschuldigung ich muss kurz husten hier ah so jetzt geht's wieder ich hoffe man versteht mich noch nein 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 schon mal ausschwärmen dieses Teil hier wegnehmen jawohl ok alles kurz abchecken kurz loslassen meine Freunde dann versperrt ihr uns noch den Weg wenn wir wieder raus wollen und oh ja das gefällt mir doch Gold und Waffen für meine Schergen ach ja das war jetzt ein bisschen unklug hier hier hat es mehr Schergen könnte darauf hinweisen dass es gleich einen Kampf gibt äh wo nein 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 oh dort vorne ist glaube ich schon der Schalter oder oder ist es noch ein Aufzug nein hier müsste es sein ich hab's doch gewusst das war ein Stock höher los 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 und absetzen jawoll ja ich kann auch selber zählen selber zählen eher selber zählen ja das klingt besser so huch das Mikrofon ist immer noch nicht optimal so jetzt hoffe ich hieß es besser dann kann jetzt noch kurz nach hier unten ich glaube wo das Schiff das Schiff hier wo das Schiff uns aufgehalten hat vorhin ja wohl auf der anderen Seite des Schiffes das habe ich mir auch schon gedacht ich hab's aber nicht gesagt ja wirklich man hat nie eine große Bratpfanne dabei wenn man sie braucht die Typen hier alle die haben unser Schiff vorhin angegriffen vielleicht haben wir dann Ruhe vor denen also vor denen hier ganz sicher aber vielleicht auch vor ihren Kolleginnen und mal schauen was hier hinten alles interessant so rumliegt ein Explosionsteil weiß ich jetzt nicht was es bringt wir können dann hier durch nur was das genau macht das weiß ich noch nicht zurück ah natürlich wir müssen dort wieder zurück weil wir haben ja das Teil für den Lift oder Aufzug sagt man in Deutschland Aufzug ich weiß gar nicht vielleicht sagt man beides für den Lift Aufzug auf jeden Fall haben wir den ja nicht mehr den Stein deshalb könnten wir auch nicht zurück wenn wir nicht die glorreiche Heldentat vollbracht hätten das Schiff zu sprengen so aber jetzt jetzt gehe ich erstmal wer hat noch Gold ja ich muss daran denken die Schergen immer ein bisschen ausschwärmen zu lassen man findet hier überall was hoffentlich kein Gift das tut den Schergen nämlich gar nicht habe ich gemerkt so und oh ja und wieder lossegeln ich hoffe ihr freut euch auch meine Freunde auch meine Routen sind immer total happy wenn sie wieder herumfeuern können im wahrsten Sinne des Wortes und Wenden 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 und losgesiegelt hi ho hi ho so das müsste hinten links dann gewesen sein da steht unser anderes Schiffchen Und was ist dort hinten? Ich gehe... Ja, tut mir leid. Ich will hier ein bisschen erkunden. Ich bin bei maximaler Geschwindigkeit in Brambock. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Und hier sind immer noch diese Fischweiber. Die können einfach nicht genug kriegen. Die liegen hier so. Okay, Pflänze liegen. Okay, was ist das hier? Das ist auch eine Insel. Aber da müssen wir gar nicht hin. Wir gehen aber natürlich trotzdem hier rauf. Weil... Ich glaube nicht, dass sie einfach hier ist. Einfach so... Nein, was ist das denn? Es sind zwei gestorben. Diese Fischdinger haben sie getötet. Nein. Nein, meine Roten sind gestorben. Oho, naja. Kann man nichts ändern. Sie haben tapfer ihr Leben gegeben bei der Verteidigung unserer Flotte. Oh. Oh. Das hingegen gefällt natürlich dem Oberlohn. Und zer... Nein. Du verdammter Misskerl. Komm schon. Stirb. Brenne. Schon wieder haben wir einen Roten weniger. Das ist natürlich höchst ärgerlich. Höchst ärgerlich. Nur noch sieben Rote. Jetzt kann ich meine super Formation nicht mehr machen. Ähm. Ja, gibt es eh ein Problem? Kann ich das nicht mit dem... Ja, kommt schon. Die steuere ich jetzt halt zu. Können die das nicht auf Schiffs bringen? Wie soll ich die denn sonst zu einem Turm-Portal bekommen? Oh. Nein. Nein. Und was macht der Drecksack? Diese Sau stirb. Können wir sie gern brennen. Sterben lassen. Oh. Nein. Schon wieder Rote verloren. So, jetzt stelle ich einfach alle hier in die Mitte, wo sie am sichersten sind. Braune rundherum. Oh. Und zurück zum Turm. Also nein, ich gehe nicht zurück zum Turm. Sondern mit dem Schiff fahren wir zurück zu einem Turm-Portal. Ich weiß nicht, welches das nächste ist. Ah. Das müsste eines hier auf dieser Insel gewesen sein. Ja, dort ist schon eines. Nein. Ihr Scheißer. Geht sterben. Schnell andocken. Und weg hier. Flieht meine kleinen Freunde. Ja, ja. Da schaust du doof. So. Also. Fünf. Was? Die hat eine Wasserpistole oder sowas. So. Wisst ihr was? Die hole ich mir. Kommt hier. Komm her. Du verdammtes Fischteil. Ich habe die maximale Gesundheit erreicht. Das ist gut, Herr. Von toten Meistern bekomme ich Ausschlag. Die maximale Gesundheit. Heisst jetzt, wir können nie wieder Gesundheitsteiler finden. Das ging jetzt aber flott. Das ging jetzt echt flott hier. Mit der maximalen Gesundheit. Mit der maximalen Gesundheit. So. Dann muss dieses Teil dort hinten. Kann nur bedeuten, dass wir noch mehr Scherden mitnehmen können. So, wir gehen kurz noch hier. Ah, ich hätte gleich beide Objekte mitnehmen können. Das ist mir aber ein wenig zu heikel. Aber wie komme ich denn am besten dorthin? So, versuchen wir es mal hier. Voller Geschwindigkeit. Jawohl. Und durchgebrochen. Äh? Ah, ja. Ich dachte doch, hier war etwas. Es hat einfach nicht mehr geleuchtet. Und es bedeutet tatsächlich mehr Scherden für mich. Ah, schön. Das wäre dann... Ist das nicht wirklich zu unfähig, dieses Teil? So. Nach dahin... ...abzustellen, oder? So, komme ich hier nicht hin? Doch, wo komme ich hin? Da gehe ich kurz alleine. Wieder keine Totenscherden. Vor allem keine Roten. Nachdem mir diese Fischweiber alle getötet haben. Wäre das höchst unpraktisch. Ach, schön. Und weiter geht's. Ach, ich habe ganz vergessen, dass wir noch einen solchen... ...Stein hier... ...holen müssen. Das werden wir natürlich gleich tun. Keine Sorge. Nachdem wir den letzten Stein noch haben, bevor wir dann durch das Tor gehen... ...ich weiß nämlich nicht, ob wir nochmal hierher... ...hier hin zurück können. Doch müssen wir fast. Ja. Wir werden sicher nochmal hier zurückkommen können. Aber in nächster Zeit werden wir das nicht tun. Deshalb werde ich nachher noch kurz los andocken. Deshalb werde ich nachher noch kurz... ...alles nochmal kurz abfahren. Wirklich nur ganz kurz. Nein, jetzt nicht im Ernst. Das konnte ich nicht andocken wegen diesem... Fischteilen. Oh, und ich sehe hier gerade, die roten, die gehen auch so auf Gefechtstationen. Das ist ja mal, das hätte man mir auch früher sagen können. Ja, ich will hier jetzt verdammt nochmal andocken, weil ich hätte doch ziemlich gerne dieses Schergen-Teil hier abgeliefert. Und zwar heute noch. So, jetzt schnell an Land. Vier braune. Kommt an Land. Nein, und zwei rote sind wieder draufgegangen. So, ist mir jetzt egal. Jetzt stirbt dieses Fischteil. Ja. Die Sammlung kurz, dieses Teil hier. An Land, bitte. Ich kriege die Krise. Echt jetzt? Ich verliere hier rote, das glaubt man gar nicht. So, mehr Schergen. Mit dieser neuen Befehlsaufwertung können wir mehr Schergen herbeirufen. Die heldenhaft für euch sterben. Ja, das habe ich gemerkt bei meinen roten vor allen Dingen. Die sterben wirklich. Vielleicht nicht so heldenhaft, aber sie sterben. Und durchrammen hier. Wo kann ich denn hier kurz... Wo kann ich hier hinten durch? Nein, hier komme ich nicht hin. Aber es sieht schon... ...schön aus. Muss man sagen. Natürlich sieht es nicht real aus. Aber... Doch. Sehr schön. So. Genug schön. Ich will hier andocken. Egal wo. Ah. Das hier sieht mir nach einer Andockstelle aus. Vielleicht denke nur ich so. Und das Spiel findet überhaupt nicht. Ah. Auch das Spiel findet. Das hier sieht aus wie eine Andockstelle. Auf das... Schiff spielt mir hier jetzt nicht davon. Als erstes den kleinen Weg gehen. Als erstes zum Gegner eventuell. Das hier sieht aus wie eine Andockstelle aus.